Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr mit Flux AI kostenfrei Bilder generieren könnt, auch wenn ihr einen alten Computer habt oder keine passende NVIDIA Grafikkarte. Hierbei nutzen wir Google Collab und das ist so eine Cloud-basierte Plattform mit GPU-Unterstützung, wo man Code ausführen kann. Und die Links hier zu diesem Google Collab Notebook gibt es auf dieser GitHub-Seite. Hier unten einfach auf den ersten Link drauf klicken und schon öffnet sich hier Google Collab. Und wir können eigentlich direkt loslegen. Erstmal hier ganz normal mit unserem Google Konto anmelden und dann im zweiten Schritt hier auf den Play-Button drauf drücken. Und dann gibt es hier so eine Sicherheitsmeldung, wenn man da irgendwelche Bedenken hat, dann am besten mit einem Google Zweitkonto, mit so einem Wegwerfkonto oder so. Das Ganze hier ausführen, einmal auf den Button drauf drücken und nun stellen wir eine Verbindung zu Google Collab her. Das steht hier oben auch drin, wird verbunden. Und sobald wir verbunden sind, werden hier, das sieht man dann, dass da nach und nach so Code durchläuft, temporär auf die Server von Google Daten heruntergeladen. Hier von Flux eben. Und dann Flux installiert, sodass wir es danach eben verwenden können. Hier in meinem Fall dauert jetzt die Verbindung ein bisschen. Schaue ich mal, ob es jetzt gleich zustande kommt. Genau, jetzt haben wir hier schon mal die grünen Punkte. Jetzt haben wir hier verbunden. Und wenn man hier einmal drauf drückt, sieht man auch, ich habe hier gerade eine kostenfreie Nutzung. Ich kann das Ganze jetzt 3 Stunden 40 Minuten nutzen. Habe hier auch eine GPU eben am Start. Und jetzt sieht man hier eben, was ich gerade angesprochen habe. Hier werden die ganzen Daten jetzt auf die Google Server heruntergeladen. Und das dauert paar Minuten. Und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt hat es knapp 6 Minuten 40 Sekunden gedauert. Das steht auch immer in der untersten Zeile, beziehungsweise hier oben steht auch, wie lange es gedauert hat. Und dieser Prozess ist nun abgeschlossen. Jetzt haben wir hier einen zweiten Prozess. Der ist bisher noch nicht gestartet. Und das ist an sich unser Prompt. Hier haben wir schon mal ein Beispiel Prompt drin. Und hier kann ich jetzt einfach mein Prompt eingeben. Oder eben hier zum Beispiel, ich habe das Ganze kopiert, kann das hier einmal einfügen. Und kann hier noch weitere Einstellungen anpassen, wie meine VIV, Hey, die Steps zum Beispiel. Und dann, damit habe ich alles, was ich brauche, um nun das Ganze hier einmal wieder auszuführen. Und jetzt muss ich einfach wieder ein paar Minuten warten, bis mein Ergebnis da ist und mein Bild fertig generiert ist. Ja, jetzt knapp 8 Minuten später ist mein Bild auch fertig generiert. Wenn ich das Ganze schneller haben möchte, kann ich die VIV, die Hey, die Steps reduzieren. Dann leidet zwar auch die Qualität, aber mein Bild ist einfach schneller generiert. Hier unten ist mein Ergebnis. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Sieht sehr gut aus. Passt sehr gut zu meinem Prompt. Und die Qualität ist insgesamt, ja, sehr gut. Und jetzt kann ich einfach einen Rechtsdeck drauf machen. Grafik speichern unter. Das Ganze einmal hier speichern. Und schon habe ich das Bild auf meinem Rechner. Wenn jetzt einem hier diese Code-Ansicht stört, also dass man hier den Prompt in so eine Variable eingeben muss. Hier irgendwelche Settings in so einer Code-Ansicht eben anpassen muss. Dann gibt es hier auch beim letzten Link das Ganze mit diesem Gradio-User-Interface. Da ist auch dann direkt das Realism-Lora mit dabei. Also wenn man das vielleicht auch gern hätte, dann kann man hier den letzten Link einmal öffnen. Das mache ich hier auch mal. Und dann wieder hier starten. Und jetzt muss erneut eben hier unser Flux AI auf den Google-Server installiert werden. Und das dauert wieder ein bisschen. So, unser Prozess läuft hier zwar eigentlich noch, aber wir haben hier nun unsere Public-URL bekommen. Da kann ich einmal draufdrücken und komme hier zu dem Gradio-User-Interface, was quasi nur hier für meine Instanz ist. Dieser Link ist 72 Stunden gültig. So lang läuft er aber nicht, weil wir haben hier nur noch von Google, ja, noch drei Stunden, zehn Minuten Laufzeit übrig. Aber, wie gesagt, Link anklicken, dann öffnet sich hier unser Gradio-Interface. Einmal wieder unseren Prompt einfügen. With, Hate definieren, Seed, Steps und so weiter. Ja, man hat hier nicht so viele Einstellungen, kann hier aber ein bisschen was machen. Man könnte auch dieses LoRa komplett deaktivieren. Assembler, Scheduler noch auswählen. Und bei mir passt das soweit alles, die Standardeinstellungen. Und dann einmal auf Generate drücken. Und wir müssen wieder etwas warten. Ja, in meiner Konsole sehe ich dann, wie lange das Ganze hier gedauert hat. Eineinhalb Minuten ist wirklich schnell, ist quasi gerannt hier. Und das ist mein Ergebnis. Sieht wirklich sehr gut aus. Passt auch soweit alles mit dem Text. Meine fünf Finger sind dran, sieht realistisch aus. Ja, wirklich ein schönes, realistisches Ergebnis und passend zu meinem Prompt. Und da würde ich doch sagen, machen wir gleich nochmal ein zweites und schauen uns das Ergebnis an. Ja, und hier mein zweites Beispielbild ist nun aufwärtig. Sieht auch sehr gut aus. Einmal rechts dick drauf, Grafik speichern oder über diesen kleinen Button hier oben das Bild heruntergeladen. Lokal auf dem Rechner. Und so einfach geht's. Ich habe euch gezeigt, hier zwei Wege, wie man eben über Google Collab Flux AI zum Laufen bekommt. Einmal hier mit der Code-Ansicht, einmal mit dieser Gradio-Ansicht, wo auch direkt das Realism LoRa mit installiert ist. Prompt rein, kurz warten und schon hat man hier ganz easy ein mit Flux AI generiertes Bild. Und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschüss. B dietisch вообще. Tschüss. 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 uell seni whatnot. B dietisch. aziber. 입니다. Ich bin dran. Viere. Million.